Der letzte Entwickler-Stream zur neuen Leben- und Tod-Erweiterung ist schon wieder ein paar Tage vorbei, in dem es einige spannende neue Details und Features zu sehen gab. Im Pack gibt es ein neues Belohnungsmerkmal, welches Kinder, die vom Sensenmann und eurem Sim gezeugt wurden, besitzen. Der große Fleck unter dem Ohr verrät dann direkt, wer hier der Papa ist. Dann wurde ein wenig das Gameplay mit den neuen Krähen gezeigt, welche auf dieser Stange hier leben. Die Interaktionen sehen ganz ähnlich aus, wie die aus Landhausleben. Die Bedürfnisse seht ihr mit einem Maushaber über den Vogel. Wenn ihr euch mit diesem streitet, kann es auch sein, dass ihr der neuen Todesart knapp entkommt und dann eine Standpauke vom Sensenmann zu hören bekommt. Wenn ein Sim stirbt, wird sein Testament, welches der Sim zum Lebzeiten erstellt hat, per Postversand. Die vorher ausgewählten Erbstücke landen dann automatisch im Familieninventar. Ihr könnt quasi jedes Objekt als Erbstück deklarieren und es anschließend anderen Sims zuweisen, die es erben sollen. Auch im Live-Modus sieht man dann, wem es mal gehört hat. Hier wurde händisch reingeschrieben, zu welchem Ereignis sie den Gegenstand erhalten hat. An diesem Erbstück lässt sich dann zum Beispiel auch der Geist des Verstorbenen rufen, der auf dem Grundstück vorbeischaut. Über ein Objekt im Inventar könnt ihr auch bestimmen, zu wem Kinder oder Haustiere ziehen sollen, falls durch den Tod keine erwachsenen Sims mehr im Haushalt sein sollten. Oder wie viel Prozent der Simoleons bestimmte andere Sims oder gemeinnützige Organisationen erben. Die Erweiterung lässt sich übrigens bei Instant Gaming deutlich günstiger für 34,37 Euro vorbestellen. Link in der Beschreibung. Die Seelenreise lässt sich im Bestrebenfenster auffinden. Mit jeder erreichten Stufe schaltet ihr neue Fähigkeiten frei. Welche Aufgaben auf eurer Bucketlist landen, hängt stark mit den Merkmalen und den Beziehungen zu anderen Sims zusammen. Wenn ihr einfach nur ein Ziel aufschreibt, bekommt ihr eine zufällige Aufgabe. Es gibt aber auch Aufgaben aus einer spezifischen Kategorie oder das perfekte Ziel, welches aber nicht immer einfach so verfügbar ist und bei dem ihr euch etwas Spezifisches aussuchen könnt. Von allen Aufgaben gibt es auch eine Menge im Zusammenhang mit anderen Packs. Der Motta Serbu hat hier die 48 möglichen zusammengefasst, die ihr hier auch nochmal im Hintergrund seht. Das hier sind ein paar der sammelbaren Tarotkarten, die auf verschiedene andere Sims-Welten und Charaktere anspielen. Und die es auch im Baumodus als Bilder zum Aufhängen gibt. Wenn ihr Tarotkarten legt, erhaltet ihr immer ein Popup-Fenster, in dem ihr dann seht, was es mit diesem auf sich hat. Auch zur neuen aktiv spielbaren Schnitterkarriere haben wir Einblicke in den Arbeitsalltag erhalten. Diese läuft ganz ähnlich zu den anderen bereits vorhandenen aktiven Karrieren ab. Hier gibt es zufällige Notfallanrufe, wenn Sims in der Welt gestorben sind, zu denen ihr dann mithilfe des Brunnens reist. Ihr kümmert euch hier übrigens immer nur um zufällig vom Spiel generierte NPCs. Angekommen müsst ihr dann die Todesursache untersuchen, um damit das Seelenernten, welches ihr auf verschiedene Art und Weisen durchführen könnt, einfacher zu machen. Ehrlicherweise wirken die Aufgaben hier ein wenig repetitiv. Auf dem Arbeitsgrundstück, welches versteckt ist, angekommen, könnt ihr dann die Seelen ins Jenseits entlassen und natürlich noch andere kleine Aufgaben, wie an einem Dummy zu üben, erledigen. Übrigens, beim Tod eines Sims könnt ihr nun den Sensenmann in verschiedenen Spielen herausfordern, um dafür zu sorgen, dass der Sim weiterlebt, auch wenn das recht unwahrscheinlich ist. Die Basis des Plans einer Beerdigung kennen wir bereits schon aus anderen Packs. Besonders erwähnenswert finde ich hier aber, dass man einen professionellen Trauernden und Entertainer einladen kann. Auch wird hier gezeigt, welche der Aktivitäten sich der verstorbene Sim zu Lebzeiten in seinem Testament gewünscht hat. In das neue Bilderrahmenobjekt kann man auch selbst aufgenommene Bilder einfügen, ansonsten wird der Sim automatisch so angezeigt, wie er zu Lebzeiten aussah. Auch die Darstellung des Sargs kann nach eigenen Wünschen angepasst werden. Sonst wurden noch einige andere Gameplay-Elemente, wie die überarbeiteten Geister, die man jetzt übrigens auch unabhängig von Emotionen einfärmen kann, oder das Wiedergeborenwerden gezeigt, die wir aber schon vorher kannten. Die neue Welt sieht wieder fantastisch aus, die natürlich ein paar nette, gespenstische Details zu bieten hat. Diese Schaukel hier bewegt sich mitten in der Nacht von ganz alleine. In der Welt gibt es ein kleines Geister-Mädchen namens Edith, was hier ihr Unwesen treibt, mit dem man zuerst nicht richtig kommunizieren kann und welches euren Sim durch ihre dämonische Stimme verstört. Wie ich es mir aber schon gedacht habe, sind die Geisterhäuser nur Rabbit Hole-Gebäude, in die man nicht reinsehen kann. Es gibt auch einen mysteriösen Händlergeist, bei dem ihr unter anderem Testamente kaufen könnt. Der Sim Nyon Specter hat ebenfalls ein paar kleine Requests im Gepäck, die ihr absolvieren könnt. Mein Kollege Micha von Sim Times konnte das Pack bereits anspielen, der auch die einzelnen Grundstücksgrößen der Welt zusammengefasst hat. Gleich jeweils zwei 64 und 50 Kästchen große Grundstücke sind wirklich genial. Der Simmer Anadius konnte zudem einen für Baumodus und Cars-Enthusiasten spannenden Fund machen. Hier im Hintergrund seht ihr nämlich jetzt eine Liste aller Objekte, die mit dem Pack kommen. Um genau zu sein, 221 im Cars und 202 zum Bauen und Dekorieren. Highlights sind definitiv die neuen Küchentheken. Hier im Hintergrund seht ihr einige der neuen Objekte zum Bauen und Dekorieren. Der Stil ist generell natürlich sehr dunkel und mit Holz ausgeschmückt. Es gibt aber auch ein paar vereinzelt moderne Elemente. Neben einer neuen Glasdach-Variante kann man jetzt auch diese kaputten Bodenelemente aufs Dach platzieren, um dem Haus einen eingefallenen Look zu verleihen. Und im Cars wurden diese neuen Kleider hinzugefügt, bei denen die Hände und Beine entweder ganz verschwinden oder mit knochigen Skeletthänden ausgestattet sind, was wirklich gespenstisch cool und halbtot aussieht. Die Klamotten sind generell natürlich eher dunkel und mit viel kleinen Mustern sowie Rüschen, auffälligen Kragen und transparenten Elementen dekoriert. Hier seht ihr auch nochmal die Frisuren der Frauen. Auch für Kinder sind ein paar nette Sachen mit dabei, auch wenn es wie sonst auch nicht mal ansatzweise so viele wie bei den Erwachsenen sind. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr meinen Anspiel-Stream zur Erweiterung nicht verpassen wollt. Also dann, bis zum nächsten Video!